Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Rift Survival Game. Wir haben einen neuen Spielstand gegründet, damit wir mal ein bisschen klarkommen hier mit dem Game. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, ehrlich gesagt. Man muss eigentlich so schnell wie möglich an Futter rankommen, finde ich. Und an Trinken ganz besonders. So, und man kann die Sachen auch nicht hin und her tauschen, wie ich das verstanden habe, oder? Nein, nein, nicht wirklich anscheinend. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, weil man die Sachen gar nicht hin und her tauschen kann. Aber versuch mal hier so viele Sachen wie möglich einzusammeln. Hier auf jeden Fall Holzer. Oh Mann, das ist aber auch echt blöd, dass man so schnell irgendwie den Geist aufgibt. Dass man da nicht mehr Lebensenergie hat, beziehungsweise ein bisschen mehr Zeit hat, um da ein bisschen Futter ranzuholen und zu trinken und keine Ahnung was. Das ist echt nicht so einfach, ey. Nein, ich hab da nebengehauen. Und was blöd ist, wenn man einmal reinwirft, dann muss man auch... Das ist am besten, wir versuchen nicht beide dasselbe gleichzeitig reinzuholen. Ist ja vielleicht ganz cool. So. Ach, ich kann das auch... Ich kann auch einfach ins Wasser springen. Oh mein Gott. So, dann bauen wir mal. Also, wir brauchen auf jeden Fall ganz dringend... Brauchen wir. Wo war das denn hier? Ähm, wo war das? Wo war das? Wo war das? Eine Axt. Aus diesen Seilen können wir auf jeden Fall, ähm... Beziehungsweise aus den Dingern hier, den Blättern, können wir auf jeden Fall Seile machen. Wofür brauchen wir das denn nochmal? Seile brauchen wir, um alles Mögliche zusammenzubinden und sowas. Bah, das Floß, äh, das Fass meine ich. Boah, Gott sei Dank hast du es. Sehr gut. Da ist auf jeden Fall sehr viel Futter drin und sowas. Das ist sehr gut. Ich guck mal aber trotzdem... Ach, hier vorne ist das. Hey, wo war das denn? Hä? Äh, gerade habe ich es nochmal gesehen. Ach, hier. So, ich habe mir jetzt ein bisschen gecraftet an Seilen. Rope. Das kannst du aus diesen Bombusblättern machen. Hm, okay. So. Da habe ich schon einige von. Nägel können wir machen. Beziehungsweise Nägel können wir zu... Ne, Quatsch. Wir brauchen... Um Nägel zu machen, brauchen wir diese Dosen. Da habe ich nur eins davon. Brauchen wir drei. Um eine Axt zu machen, brauchen wir... Ich brauche mehr Metallschrott auf jeden Fall. Wir müssen da auf... Ich versuche das Fass auf jeden Fall hier erstmal an Bord zu holen. Das ist sehr wichtig. Und ich habe schon... Ich habe fast nur noch die Hälfte am Trinken und sowas. Das dauert alles viel zu lange, bis man hier mal vernünftige Gegenstände hat. So. Wo ist der Hai? Da hinten schwimmt er. Also was muss man hier craften? Eine Axt? Wofür? Ja, um da die ganzen Gegenstände zu machen. Guck mal auf den Hai, ob der mich irgendwie gleich fressen wird. Ja, der kommt schon. Oh, oh. Oh, 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 oh. Zack. So. Wir brauchen auf jeden Fall dieses... Nee, nee. Du brauchst einen Hammer, um zu bauen. Ja. Warte mal. Kann sein, dass ich einen Hammer brauche. Aber ich gucke gerade. Der Hammer hier. Ach so, genau. Den kann ich... Den kann ich craften. Den habe ich mir jetzt gemacht. Sechs. So. Dann kann ich hier auf jeden Fall ein bisschen größer machen. Oh, verdammt. Wir brauchen Holz. Holz. Holz, Holz, Holz. Komm her, komm her, komm her. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wo legt der die Sache? Ich habe jetzt das Ding gebaut hier, wo man Wasser mitkaufen kann. Oh, nice. Stell das irgendwo hin. Stell das irgendwo hin. Kommt der Hai? Der Hai kommt nicht. Sehr gut. Stell mal das mal in die Seite, ne? Stell das irgendwo hin. Und dann können wir mal gucken. Das ist ja hier mal klarkommen. Kannst du... Du bist doch in der letzten Folge so gut am Schwimmen gewesen. Mach das doch heute nochmal. Ne, lass mal. Heute nicht? Oh, der Hai ist ja direkt hier in der Nähe. So, wir haben jetzt den Hammer. Damit können wir auf jeden Fall diese Plattform bauen. Das habe ich nämlich gerade festgestellt. Guck mal, wir können auch hier so Wände bauen. Habe ich auch festgestellt. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt. So, aber ich frage mich gerade. Aha, Wand kann man bauen. Ja, alles klar. Aber was ist, wenn ich noch weiter das Flos hier ausbauen will? Das weiß ich nicht, Kollege. Ach so. So muss man... Ach, man muss gedrückt halten, die rechte Maustaste. Und dann kann man das bauen. Aber ich brauche mehr... Ich brauche mehr... Mehr, ähm... Rope. So, Rope, 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 Rope. Man muss jetzt mal hier klarkommen. Ich mache mal alles weg. Ich koche gerade Wasser, nice. Hast du dir schon einen Becher gecraftet? Ja, klar. Oh, Mann. Warte mal, was braucht man dafür? Der schwimmt so langsam, ne? Das ist scheiße. Da, 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 das Fass. Das Fass ist sehr wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwie kriegen. Die Fässer sind somit die wichtigsten Sachen, ey. Da sind die geilsten Sachen drin. Den Hai will ich auch kriegen. Ey, der Hai, guck mal, was der macht, Junge. Bei mir, Alter, macht er nichts. Der hängt gerade unterm Ding. Der zerstört hier das Floß, Mann. Das ist wieder die... Ey, die letzte, Mann. Ich habe jetzt auch einen Becher. Kann ich hier irgendwo... Muss ich selber hier so ein Wasserding hinstellen? Füll mit Water. Erstmal Wasser aufgefüllt und jetzt guck. So, dann können wir schon mal was zu essen. Äh, zu trinken, meine ich. Bei mir fehlt wieder eine Plattform. Das ist so lächerlich. Das läuft so unsynchron. Bei mir läuft's. Komischerweise. Ganz normal. Als wäre hier nix. Ich weiß gar nicht. Als ob hier gar kein Hai wäre. Ich kann auch mal stecken. Wo kann ich schon was trinken, sag mal. Ja, hier vorne. Das hast du doch hier draufgestellt. Ja, ich habe das Feuerchen runtergenommen. Ja, dann musst du den Becher in die Hand nehmen wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich bei dir im Inventar dran. Ich kann nix mehr in die Hand nehmen. Ist alles weg irgendwie. So, ich habe noch ein bisschen größer gebaut. Du kannst auch mal diese Floßdinger bauen. Wenn du der Meinung bist, dass das Ding immer irgendwie kaputt ist. So, jetzt habe ich hier dringend war das Water. Ich habe jetzt ein bisschen getrunken. Man muss ständig immer das Ding da auffüllen. Da ist ein... Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche das Ding. Nice. Ich brauche Futter. Ich hoffe, da sind ein paar Karotten oder sowas drin. Nein, nicht mehr Karotten. Auch keine... Keine Potatoes. Gar nix. So, komm, 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 komm. Ein bisschen schwimmen gehen muss man, ey. Man muss ein bisschen was riskieren, um zu überleben. Das Problem ist echt, man muss hier mehr Futter irgendwie generaten. Das ist sehr schwer. Das finde ich sehr extrem schwer. Ich habe hier eine Kartoffel, die kannst du aber nicht essen. Du musst da irgendwas zum Kochen erstmal bringen. Ja, versuch das Ding nochmal hier hinzulegen, die Kartoffel auf das Ding hier. Auf welches Ding? Auf der Plattform, wo du das Trinken erhitzt hast. Geht nicht, du musst das einzeln machen. Okay. So, was haben wir hier? Cooking Station. Hier. Craft. Dafür brauche ich Seile. Warte mal, ich baue mal eine. Moment. Seil habe ich. Was ich aber nicht habe, ist Schrott. Moment, ich habe die jetzt gebaut. Ich baue die hier hin. Ich stelle die mal hier hin. So, hinter dir. Nice, 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 nice. Ich verdurste verflucht, warte mal. Und wir müssen Licht hinstellen, auf jeden Fall. Stimmt, da war ja was. Das ist sehr wichtig. Und wir müssen irgendwie immer das Wasser weiter kochen. Das ist das Problem. Weil sonst haben wir echt ein dickes Problem nachher, wenn es dunkel wird. Wir müssen eine Lampe hinbauen. Ich weiß nicht nur, wie das ging. Weißt du das noch? Ich gucke gerade mal, was wir dafür brauchen. Ich brauche einen Becher. Hast du einen Becher? Nee, nur den, den ich zum Trinken brauche. Den kriegst du aber nicht. Ja, ja, den kannst du mir eh wahrscheinlich nicht geben. Guck mal hier. Gerne. Die ist bei den Stühlen. Ich habe keinen Schrott, Mann. Das ist bitter. Ich brauche Holz, ich brauche Holz, ich brauche Holz. Oh, wir dürfen uns diese Fässer nicht hingehen lassen, ey. So, was habe ich jetzt? Ich habe irgendeine Karotte. Nee, was ist das hier? Eine rote Beete habe ich bekommen. So, jetzt habe ich hier eine Laterne, Junge. Das stelle ich mal hier auf. Zack. Sehr gut. Jetzt ist schon mal wieder ein bisschen Licht. Das ist sehr nice. Oh, fuck. Ich muss mehr trinken, Junge. Ich trinke die ganze Zeit schon. Ich bin die ganze Zeit neu im Auffüllen. Das ist echt krass, dass man so heftig die ganze Zeit trinken muss, ne? Jo. Also, ich passe da gar nicht auf, irgendwie. Nein, du Sack. Sag doch, dass du deinen schmeißt. Brauche ich nicht nochmal schmeißen. Jetzt wird es auf jeden Fall dunkel. Das gefällt mir gar nicht. Oh ja, Holz, 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 Holz. Nice, Holz, sehr gut. Aber das dauert aber auch lange, ne? Bis das mal fertig ist hier das Trinken. Auf jeden Fall. Da müssen wir uns zweit auf jeden Fall hinklatschen. Guck, ich gucke, koche mir mal was, sonst verhungrere ich. Wir müssen ausschauen halt nach den Fässern. Da ist das Futter drin. Vielleicht können wir uns auch eine Angel bauen oder sowas. Geht doch bestimmt auch. Angel? Ja. Wo siehst du denn da einen? Was kann die denn? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ah ja, das ist zum Fische fangen, steht da ja. Wo ist die denn, Alter? Warte mal. Wir müssen auf kurz oder lang was zu futtern. Ich brauche noch Holz, Junge. Ich glaube, jeder muss hier für sich selber sorgen, um zu überleben. Habe ich das Gefühl. Das weiß ich noch nicht. Weil irgendwie ist das ein bisschen strange, weil ich kann dir keine Sachen geben. Du kannst mir keine Sachen geben. Das heißt, ich muss meine eigenen Angeln und so weiter und so fort bauen. Das kann gut sein, ja. Und ich sehe wieder nichts. Das ist einfach viel zu dunkel. Ich habe nichts gefangen. Doch, ein bisschen Bambusblüten. Ja. Wir brauchen Holz. Davon habe ich mehr als genug. Ich habe 20 Holz. Ja, dann mach doch mal eine Angel oder sowas. Damit kannst du aber Fische fangen. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Wie willst du denn sonst überleben? Dafür brauchen wir Fische. So. Guck mal hier. Jetzt kann ich mal das Zeug essen. Boah, ich habe gegessen. Das hat gar nichts gebracht. Ja, da ist schon wieder so ein dreckiger Hai. Der macht das Floß kaputt. Warum siehst du das so gut? Ich sehe den Hai. Der ist hier unter mir. Aber der macht im Moment nichts kaputt. Doch, bei mir schon. Ja, dann bau da wieder ein Stück Holz hin. Damit es für dich wieder okay ist. Der hat quasi das Floß getrennt. Da, wo die Lampe ist, ist es jetzt einzeln am Stehen. Wie kann man den Hai mit der Angel fangen? Ja, genau. Wahrscheinlich wäre ja viel zu einfach. So. Tauchen wir mal ein bisschen. Zack. Jetzt kann ich mir eine Angel bauen. Zack. Die Angel bringt es nicht. Guck, die bringt es einfach nicht, die Angel. Ja, Moment. Ich muss wahrscheinlich dann drücken, wenn das Ding runter geht. Äh, ich habe einen Fisch gefangen. Nice. Bin ich gut oder was? Ich bin so gut. So, Fischi, Fischi. Ich habe leider keinen... Ah doch, jetzt kann ich mir einen Hammer bauen. Dann kann man ja das Floß irgendwie... Ja, wenn du vielleicht gucken würdest, dass wir hier die ganzen Gegenstände nicht verpassen, die hier rumschwimmen. So. Oh, für alles brauchst du Seile. Ja. Das stimmt. Für ziemlich viele Sachen, warum man sei. Jetzt ist das Floß wieder so, wie sich das gehört. Sehr gut. Ah. Okay. Okay, der Fisch ist zum Braten. Was ist denn mit dem Trinken? Das ist irgendwie weg. Verstehe ich jetzt nicht. I don't know. Wie, der Zweck? Ja, ich wollte hier gerade was trinken machen. Aber irgendwie... Ähm... Habe ich das gemacht und jetzt kann ich irgendwie... Nice. Ich habe irgendwo einen Fisch. Aber wo landen die Sachen denn, wenn meine Leiste voll ist? Ach, hier. Ach, hier. Ah. Nice. Sag das doch. So. Wir kommen auf jeden Fall gut klar in dieser Folge. Im Vergleich zu der letzten. Jedenfalls. Und es wird schon wieder hell. Das ist sehr gut. Nice. Sehr gut. Läuft ja wie geschmiert heute. Ja. Kommen auf jeden Fall deutlich besser klar als in der letzten Folge. Da wussten wir irgendwie gar nicht wirklich, was wir machen sollten. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine Grundbasis zum Essen. Und zum Trinken. Oh. Ich habe jetzt auf jeden Fall Fisch gegessen. Aber irgendwie ist das voll übertrieben. Weil das ist so krass. Man muss die ganze Zeit irgendwie am Ball bleiben und Futter herstellen und trinken und so nebenbei. Ja. Der Durst und Verhungert viel zu schnell irgendwie. Ich tue mal hier so ein Ding hin, was die automatisch fängt, ne? Ja, gerne. Die ganzen Bretter und so. Sehr gerne. Vielen Dank. Das würde ich mir jetzt aber auch angucken, ob das stimmt. Oh, nice. Hä? Tatsächlich. Der fängt das, äh. Aber mir ist das vorbeigeschwommen. Komisch. Nein, nein. Ich habe es rausgenommen. Bei mir ist es irgendwie... Kannst du auch... Was hast du hier angepflanzt? Was ist das? Da kannst du so Dinger anpflanzen, wenn du Samen hast. Aber ich habe leider welche. Aber die kann ich da nicht reintun. Warum nicht? Kartoffeldinger hier. Aber geht nicht. Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Ist ja komisch. Versuch mal. Mach mal hier diese automatisch fangbaren überall an die Seite. Ich habe kein Dings mehr, Mann. Keine Seile. Ja, mach welche. Ich würde dir ja gerne was hinlegen, weil ich habe so viele Blätter eingesammelt. Ich habe gar keine. Das ist das Problem. Ich habe 20 Stück oder so. Warte mal. Der Hai kommt, Mann. Ich versuche die mal dir zu geben oder so. Guck mal hier. Kannst du das aufheben? Wie hast du das denn gemacht? Nein, es geht doch, Alter. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe Tab gedrückt. Dann habe ich einfach das, was in der Mitte war, einfach gezogen und da drinnen gelegt. Nice. Geht doch, ey. Ich habe mich schon gewundert, dass es nicht funktioniert, ey. Wäre ja viel zu blöd, wenn man das nicht tauschen könnte. Sehr gut. Mein Fisch ist fertig. Ich angel nochmal einen Fisch für dich. Oder angelst du selbst? Nee, ich angel gar nicht, ey. Ja, dann kannst du ja mal irgendwas anderes. Sehr gutes, produktives machen. So. Okay, dann Fisch essen. Guck mal, was. Ich gucke. Der hält die fest. Guck mal hier. Sehr gut. Das Fass hält da, denke ich mal, jetzt auch fest, was da kommt. Ja, hoffe ich mal. Boah, guck mal, der hält alles fest. Das ist ja nice. Sehr gut, sehr gut. Da müssen wir uns gar nicht mehr um so viel kümmern. Wir können natürlich unser Base dann ein bisschen vergrößern. Das wäre ganz cool. Stimmt. Ja, dafür brauche ich natürlich Holz. Wie viel Holz braucht man denn dafür? 15? Wow, das ist viel. Das ist mir ein bisschen zu viel, finde ich. So, mein Fisch backt, 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 backt weiterhin. Oh, ich habe vergessen, auf trinken und so zu achten, das ist nicht gut, Mann. Ja, ich habe im Moment ganz gut im Griff, beides so ungefähr die Hälfte. Hast du denn was zu essen überhaupt? Nicht so wirklich. Ja, dann ess doch mal hier den fertigen Fisch, dann tue ich den anderen Fisch drauf. Erst mal was trinken, dann neu auffüllen, kochen. Kann ich nicht, da liegt nichts. Doch, da liegt ein Fisch bei mir. Ja, dann nimm den, ich kann den nicht nehmen. Da kommt schon wieder der dreckige Hai und macht das Floß kaputt. Was ist das denn? Hier hast du einen Fisch. Das ist doch echt lächerlich. Danke. Nein, guck mal, das Fass, Junge. Wie bitter. Der Hai ist ein richtiger Hund, Alter. Scheiße, wir haben es verpasst. Das Fass haben wir verpasst. Das ist richtig dreckig. Wenn wir das Fass verpassen. Oh Mann, wie konnten wir das Fass verpassen? Das ist das Bitterste, was passieren kann eigentlich. Ja, ja. So. Hier ist ein guter Obzeitung, Freunde, um einen Break zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge schon sehr bald bei RAV wieder.